hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück bei nick frei zock der radsport manager 2012 oder le tour de france 2012 oder keine ahnung was auch immer wir haben heute paris nizza etappe nummer 2 am start und ich würde sagen wir starten auch direkt mal rein momentan sieht es ja ganz gut aus für uns wir liegen auf platz 3 oder platz 4 in der wertung und ja unsere experten hier für bergpunkte und für sprintpunkte die sind ein bisschen weiter weg vom hauptfeld also sprich die haben eine minute rückstand und können dann ja hinter den ganzen teamkapitänen schön aus dem hauptfeld heraus attackieren ohne dass gleich das hauptfeld verrückt wird so dann müssen wir gleich mal gucken wer denn hier unsere leute sind haneo würde ich sagen geben wir mal ein hügelset ab also sprich ein bisschen mehr berg und und satten hat natürlich ein flachetappen setup in der hoffnung dass er wenn er dann sprint geht die optimale ebenen sprint konfiguration hat ansonsten würde ich auch bei keinem irgendwie was umstellen wollen und ja starten wir direkt mal rein hier ins 3d rennen und gucken mal was wir denn hier auf der etappe so holen können haneo ist natürlich unser bergfahrer satten unser sprinter auch siotsu haben wir natürlich den wir auf bergpunkte ansetzen können er ist sogar schon ein bisschen fitter vielleicht wäre sogar besser ihn darauf anzusetzen weil sie eigentlich nur hügelige etappen sind und gar keine richtigen berge ist natürlich blöd wenn wir bergfahrer hatten dann gewinnten ebenen fahrer die bergwertung rogers als helfer haben wir dabei eisel als sprintanfahrer können wir nutzen die sind alle schon relativ fit das ist auch gut so damit die in ihren rennen wo sie dann antreten wollen auch dann was gewinnen können und ja wir sammeln hier weiter fleißig renntage damit das dann auch funktioniert wir sehen hier nochmal die ganzen zeitabstände momentan sieht es wirklich so aus dass wir hier bradley wiggins vor moment irgendwas stimmt da nicht rogers müsste doch na ok also ich sehe schon das funktioniert gut mit der platzierung das ist alles quer durch querbeet gemixt alles chaotisch da ist nichts so wie es sein soll ist egal wir starten ins 3d rennen lange genug rumgeschwafelt legen wir los die 3er bergwertung wollen wir natürlich wenn es geht mit haneo gewinnen und die sprint wertung sowie den ziel sprint wollen wir wenn es geht mit unseren sprintern gewinnen allerdings ist hier sagan und co am start also ich glaube nicht dass da satten großartig was reisen kann gegen die wir werden es allerdings versuchen und ja werden mal gucken was geht jetzt warte ich auch drauf dass hier mal um springt und bin gerade am überlegen ob ich mal was trinken soll ich habe noch nie was getrunken wenn ich eine aufnahme gemacht habe als premiere ich bin mal gespannt ob man das hört ja was ist denn los hier drei stunden ladezeit oder was mach mal hin riffer geometries das ist echt ein drama hallo machen du weiter ich will mache fahrer rennen ok dann sollte es jetzt gleich losgehen den kommentator hören wir schon dann holen wir alle unsere jungs mal nach vorne wiggins steht ja auch schon vorne das geht dann wohl hier auch ein bisschen nach keine ahnung was aber nicht nach platzierung wie es aussieht also wiggins steht vorne und die anderen stehen keine ahnung wo wir versuchen jetzt alle mal hier vorzuholen so jetzt kommt ordentlich gleich der umschnitt dass wir übrigens wieder sagen können dass er sich ins feld zurückfallen lassen soll und soll hier keine führungsarbeit leisten außerdem würde ich sagen packen wir alle direkt mal hier auf eine 80er wertung für das was sie denn da tun sollen damit die von hinten auch mal relativ schnell jetzt nach vorne kommen da kommen sie schon die ersten und ja das ist ganz toll da gehen die ersten schon raus hier kommt rogers rogers ist ja australischer wiggins ist glaube ich zurzeit oder bei uns hier noch zeitfahr weltmeister wenn ich das richtig in richtig in erinnerung habe wie waren das mit ranzoomen irgendwo konnte ich doch hier ja ich weiß nicht mehr wie man ranzoomt alter schwede da genau alt alt war es wenn man alt drückt und das mausrad bewegt er ist glaube ich zeitfahr weltmeister und er hier ist australischer meister deshalb haben die andere trikots an wie der rest von unserem team weil die ihren meister trikots antreten das ist ja auch schon mal eine schöne sache so wir lassen jetzt mal weiterlaufen da kommt hernau der ist ja eigentlich der der hier die bergpunkte holen soll aber die erste ausreise gruppe geht schon nach vorne weg und ich bin jetzt wirklich am überlegen was ich jetzt mit den jungs hier anstelle ob ich hernau versuch in so eine gruppe hier rein zu bringen indem ich ihn konnte angriff fahr ob das gut geht ich habe keine ahnung werden wir gleich sehen ah da fährt das jetzt das ist blöd da fährt jetzt seinen stiefel und weil die sich jetzt zurückfallen lassen fährt er natürlich jetzt das ganze team an die ausreiser gruppe ran was wir ja eigentlich gar nicht wollen sondern wir wollen mit hernau in die ausreiser gruppe rein so und dann soll er sich hier an dem ausruhen dann sind jetzt hier 25 sekunden vorne und na super da kommen sie schon wieder alle jetzt sollte hernau versuchen hier in diese gruppe rein zu kommen und ich hoffe das gelingt ich hoffe das gelingt dass der hier wirklich in dieser gruppe mitfahren kann ah nee da kommt schon wieder das ganze feld an wieso denn macht hey man macht führungsarbeit wieso macht er denn führungsarbeit er soll doch gar keine führungsarbeit machen wir haben selbst unseren fluchtversuch vereitelt das ist natürlich suboptimal gelaufen jetzt so jetzt aber hernau nochmal hier frei fahren damit er da rankommt an die die abhauen wollen jetzt konnte angriff jetzt müssten die eigentlich die hier abhängen sehr schön sehr schön jetzt sind wir hier in der ausreiser gruppe schon mal drin das ist schon mal nicht verkehrt dann soll er sich jetzt hier mal ausruhen jetzt machen die da hinten aber komischerweise schon wieder gas die wollen einfach die ausreise gruppe nicht mehr kommen lassen ich verstehe es nicht sind da irgendwelche leute drin die kaum rückstand haben 37 na gut 37 sekunden ist natürlich auch echt wenig da werden natürlich so leute hier wie wie sargans team ja liquid gas und und auch andere teams werden das nicht mitmachen so und das ist auch noch oh gott jetzt ist morayev ist da vorne das ist doch hier ist das hier totfahren oder ist das was ist denn das hier so morayev lässt sich jetzt auch zurückfallen ich meine wir haben fast eine minute vorsprung jetzt das ist ja prinzipiell schon mal nicht schlecht und jetzt ruckelt es leicht also ich bin mal gespannt ob wir es wirklich jetzt schaffen hier mit mit dem da dran zu bleiben ohne uns voll zu verausgaben und dass der sich wieder ein bisschen erholt das wäre schick das problem ist dass der natürlich bis 80 hier die die leistung mit geht da sie ihn nicht abhängen und die jungs die hauen hier in die pedale das glaubt man gar nicht und das ist weil das hauptfeld die natürlich hier agnes ist das hauptfeld schon wieder ran es ist aber auch ein drama die lassen die ausreiser nicht weg warum verstehe ich nicht warum sie die ausreiser nicht weglassen jetzt können wir auch langsam nicht mehr mithalten sonst sind wir im berg total chancenlos und die lassen sie jetzt weg kommen oder wie weil dann kriege ich aber plack hier ja klar die lassen sie jetzt weg kommen da sind jetzt wurscht unterschiedliche mannschaften beteiligen sich jetzt an der tempoarbeit im feld offenbar sind sie in der ausreiser gruppe nicht vertreten so was haben wir dann mit barry barry sind ügelfahrer barry sind ebenen fahrer barry kann mal getränke fürs team holen und jetzt gehen hier schon wieder leute also es verdammt unruhig die erste etappe aber wir sehen hier ja auch an der zeit der vorsprung wird knallhart zusammengefahren hier schon wieder jetzt sind zwei fahrer nochmal raus so jetzt kommt barry also wir müssen nicht die ersten bergpunkte sammeln aber schick wäre es halt schon man weiß halt nie genau wie das ganze am schluss ausgeht aber wir sind jetzt so weit weg und in 36 km ist das die bergwertung also ich gebe mal so ein ganz klein bisschen gas henau erholt sich im feld eigentlich ganz gut und tja die jagen hier schon wieder irgendwelchen ausreisern hinterher hier ist aber auch eine unruhe in dem feld das ist der wahnsinn also das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt und dann ist es vor allem ist es liquid gas was hier richtig aufs tempo drückt weil die halt für den sargan scheinbar hier ja irgendwas vorhaben also ich weiß nicht genau was die vorhaben für den sargan aber irgendwas haben sie vor und jetzt lassen so zwei leute dann doch relativ weit weg kommen also vier minuten ist schon heftig dann müssen wir uns vielleicht jetzt mal was überlegen was wir da jetzt machen wir schicken den barry mal nach vorne ein bisschen führungsarbeit leisten und prompt hören die anderen alle auf und alles geht hier chaotisch zur sache und henau positioniert sich schon mal gut das finde ich prinzipiell schon mal eine gute angelegenheit hier und barry soll jetzt mal ein bisschen hier noch den vorsprung zusammen fahren ich hoffe das haut hin und wie das hinhaut wir rauschen hier regelrecht dran fast wie ein d zug oh oh so henau ist gut positioniert jetzt müssen wir aufpassen jetzt kommt nämlich ein schlack vor ein frank schlack das ist nicht gut ähm noch neun kilometer sinds wir binden jetzt henau mal so ein bisschen in die führungsarbeit ein so jetzt lassen wir den frei fahren und packen henau an den ran hallo an den ran fahren henau das hasse ich wie die pest an dem spiel also da muss ich mich jetzt grad schon wieder aufregen dass er jetzt wieder nicht das macht was er soll das geht mir auf den sack warum lässt er sich denn jetzt zurückfallen es ist wickensgleich sogar noch vor ihm es geht hier um punkte in der bergwertung und er soll sich von barry ziehen lassen macht er aber nicht ne macht er nicht er weigert sich machen wir es einfach mal andersrum barry soll jetzt henau mal hallo barry soll jetzt henau barry soll jetzt henau sagen wir wollen die mich hier verarschen oder was soll den mal beschützen und henau soll mal frei fahren so jetzt hoffe ich dass wir das irgendwie hinkriegen dass die beiden da vorne so ein bisschen ein bisschen gas geben können und dass der dann mal so nochmal an angriff startet dass wir da jetzt ran fahren und dass er dann nochmal volle kanne an angriff starten kann der henau um dann auf den letzten kilometern hier noch vorbeizuziehen um ja letzten endes dann ein paar punkte zu holen so da vorne sind die anderen die treten auch schon kräftig rein und jetzt lassen wir henau ein kilometer hier mal angreifen tja und das ging dann mal richtig in die hose wir haben für die anderen die arbeit gemacht tolle teamwork tolles teamwork applaus 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 ich bin begeistert wir haben zwei platte fahrer und die anderen haben sich punkte und prämien eingeheimst und henau ist jetzt führender aber jetzt ist die bergwertung rum und jetzt brauche auch nicht mehr hier vorne drin rumzufahren weil Job erledigt das war jetzt mal so richtig für den Eimer boah bin ich gerade angefressen ey das glaubt ihr gar nicht dass ich gerade angefressen bin so Jutsu soll was zu trinken holen ich hoffe Barry kann sich wieder erholen und kommt wieder auf den grünen Zweig weil der ist natürlich jetzt auch ausgepumpt und fällt irgendwo da hinten im Feld rum und ich hoffe nur dass er uns jetzt nicht weg stirbt sag ich mal ach ne Barry geht auch Getränke holen so Jutsu und Barry gehen Getränke holen wieder einen kleinen Fehler gemacht weil er sollte Henau Getränke holen jetzt machen die das na gut wie auch immer ist ja jetzt auch wurscht so jetzt müssen wir wieder gucken jetzt sind schon wieder drei Stück da vorne und jetzt kommt die Sprintwertung auf die wir eigentlich einen Satten schicken wollten aber ich glaube das geben wir jetzt auf ich glaube für einen Satten machen wir lieber eine Richtung Ziel ziel Sprint auf auch wenn er gegen Liquigas und die Jungs keine Chance haben wird also das läuft hier schon ein bisschen anders wie auf den Kontinentaltouren die wir da gefahren sind hier sind die Gegner dann doch schon ein bisschen ähm stärker, cleverer krasser drauf muss man wirklich so sagen also ich hätte jetzt gedacht dass der Henau irgendwie schafft da die Markpunkte einzufahren ähm er hat ja auch die noch überholt die davon waren ähm das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus das dumme an der Geschichte war aber ähm dass es halt welche gehabt die noch später gestartet sind und die noch erfolgreicher unterwegs waren so jetzt haben wir uns alle hier wieder ein bisschen erholt ähm die Ausreise sind schon wieder drei Minuten weg den Zwischensprint den können wir wohl in der Pfeife rauchen deshalb können wir dann auch ein bisschen Zeitbeschleidigung machen weil drei Minuten dreißig fahren wir jetzt nicht zusammen um dann drei Punkte Sprint zu verlieren da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf ich konzentriere mich da wirklich lieber dann auf den Ziel Sprint ähm weil ähm da rechne ich uns fast mehr Chancen drin aus als jetzt in diesem Zwischensprint um die drei Punkte und die Kraft können wir uns sparen in der Hoffnung dass wir die Kraft dann besser einsetzen können wenn es ins Ziel also in Richtung Ziel geht so Sujutsu hat einen ganz schlechten Tag wie sieht es mit satten aus der ist neutral hat irgendeiner auch einen guten Tag Wiggins Rogers und das war's so wie sieht es denn getränketechnisch aus ähm müssen wir auch mal gucken vorne die sind jetzt schon vier Minuten weg ok weil die in Sprint gefahren sind ändert sich ja aber eh nix von daher ähm puh Hennao kann uns eigentlich jetzt nix mehr helfen der kann mal ein bisschen Wasserträger spielen und da müssen wir aufpassen dass wir rechtzeitig einen schönen Sprintzug aufbauen in der Hoffnung dann beim Sprint ein paar Pünktchen abgreifen zu können für unseren Sprinter satten äh nicht dass der auch leer ausgeht wird wird dramatisch in in meinen Augen ähm nachdem jetzt unser Bergfahrer praktisch Punkte verloren hat in der Bergwertung wenn dann unser Sprinter auch noch Punkte verliert in der Sprintwertung das wäre da da könnten wir eigentlich direkt sagen okay wir vergessen alle Wertungen und versuchen hier nur noch die Gesamtwertung einzufahren ich meine es ist für uns die wichtigste Wertung die Gesamtwertung aber ist halt schon so eine Sache warum kommen die denn nicht näher an die Ausreise ran das sind da vorne drei Hanseln wir haben zwei Minuten Abstand und sind noch 23 Kilometer so langsam müssen die den Vorsprung doch mal A jetzt zusammen fahren so wir sind immer noch schön vorne dabei jetzt sind wir auf den letzten 20 Kilometern jetzt können wir mal anfangen den ganzen Spaß hier zu sortieren ein Fahrer den wir eigentlich überhaupt nicht brauchen bei dem ganzen Spiel ist Henao deshalb lassen wir den mal nach vorne fahren sozusagen als äh number uno im Sprintzug dann äh müssen wir uns mal Gedanken machen Wiggins kommt Wiggins kommt weiter hinten dann rogers hat auch keine Sprintpunkte dann können wir rogers eigentlich an Henao ranhängen hallo Henao wo ist Henao da ist Henao der rogers soll dem Henao mal folgen dann der Sojutsu ist schon ein bisschen stärker der Eisel ist mit der stärkste Heyman hat 75 Satten 73 Barry hat auch 70 dann hängen wir jetzt einen Barry an äh an 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 rogers ran wo ist denn der rogers da da hängen wir jetzt den Barry ran dann hängen wir boah Heyman dann hängen wir Sujutsu hängen wir dann an Barry ran Wichtig ist schon mal dass wir Satten sag ich mal an Eisel ranhängen und Eisel an Heyman ranhängen ist das Heyman jawoll ja so und ähm Wen haben wir jetzt noch nicht an irgendwen ran gehangen den Heyman haben wir noch nicht ran gehangen den Wiggins haben wir noch nicht ran gehangen gut dann hängen wir jetzt den den Heyman äh hängen wir jetzt an den Wiggins ran und den Wiggins den hängen wir dann an das ist nämlich der einzige der noch an keinem dran hängt ach du lieber Himmel ich glaube an Sujutsu das ist dann der ist der Sujutsu der letzte in der Kette hier gewesen ich glaube ja oh Gott jetzt geht das ganze natürlich jetzt gehts Chaos los und wir müssen jetzt auch langsam anfangen dann mal unsere Leute hier äh nach vorne zu treiben warum fahren die denn nicht wo hängt denn der Heyman der Heyman wo ne Moment mal wo ist denn der der führt das ist Henao was denn los mit dir gib mal Feuer hier Henao wo ist Wiggins sortieren die sich immer noch oder was jetzt haben sie es na das ist super und was geht jetzt ab jetzt hängt wieder irgendjemand können die mal einen Sprintzug aufbauen das sind noch zehn Kilometer ey wenn das hier so weiter geht so der ist raus der ist raus den machen wir jetzt hier auf das passiert uns nicht nochmal den machen wir auf 30 und lassen dann fahren wer ist denn der nächste hinter Henao das war der Barry oder ach das ist ein Chaos hier oh fuck was war denn das warum Rogers wieso fällt denn der Rogers so weit zurück wo sind denn hier Henao tut Satten abhängen das kann doch nicht wahr sein ich kriege ein Flash klappt denn hier überhaupt irgendwas heute da vorne ziehen sie weg und bei uns passt nicht mal der Sprintzug wollen die mich schicken hier oder was ich reg mich grad tierisch auf Alter ey es kann doch nicht sein was ist dann das hier für ein Scheiß was macht denn der Wickens und dann kann man nicht anklicken und kann den Leuten kein Befehl geben und alles ist nur buggy hier habe ich einen Eindruck wo ist eigentlich der Rogers der Rogers müsste doch auch noch irgendwo dazwischen drin hängen der Rogers hat noch gar keine Führungsarbeit geleistet oder der hängt einfach mal da hinten ab so ein Eisel muss an Heyman ran haben wir jetzt Eisel nehmen haben natürlich nicht Eisel ich habe doch Eisel angeklickt warum wählt er denn kein Eisel aus man ich werde grad also Entschuldigung das ist das was ich meinte als ich damals gesagt habe ich brauche eine Pause von dem Spiel das Spiel macht mich aggressiv weil ich habe einen Plan im Kopf und sage bitte mach das und die Fahrer haben eigentlich auch genug Zeit das zu machen und was kommt bei raus Scheiße kommt bei raus Entschuldigung wenn ich das so sage weil keiner macht was er soll jetzt fährt der Hennao und der Rogers fahren jetzt dem Satten vor der Birne rum und jetzt lässt sich der Rogers natürlich zurückfallen weil er sich an Hennao ranhängen soll und der Hennao soll ja Zeit verlieren und jetzt ist der Rogers da hinten und mein Sprinter kämpft sich mühevoll vor zum Sprintzug der ohne ihn davon zieht und jetzt ist der Barry platt und jetzt nehmen wir einen Barry raus boah das regt mich grad so auf hier so unnötig wisst ihr ja das ist das Problem das ist so unnötig wieso ist denn der Satten jetzt so weit zurückgefallen weil er an irgendjemand kleben geblieben ist und wenn ich Pech habe bleibt er gleich nochmal an irgendjemand kleben und mein Sprintzug ist mitten in der Truppe und gibt nicht richtig Gas kann ja gar nicht richtig Gas geben lassen weil der Sprinter ist ja nicht da und jetzt stirbt er mir weg der Satten jetzt ist er tot klar tot gefahren das ist das ist einfach nur für den Arsch Entschuldigung wenn ich das jetzt sag so jetzt lassen wir den hier nochmal richtig reintreten dass wir in der Hoffnung dass wir noch ein bisschen weiter vorkommen das ist das ist das ist zum zum vergessen ist das der Eisel ist sogar schneller wie der Wiggins ja Wiggins dann fahr doch mal vorbei an dem Siu zu das kann doch nicht wahr sein ich krieg Plack ich krieg Plack tritt rein bei ein Kilometer geht jetzt der Eisel und ähm ja vergesst es einfach vergesst einfach was wir hier grad sehen ist für den Arsch Entschuldigung es ist einfach nur noch für den Arsch so und wer gewinnt das Goss vor Freire vor Greipel da vorne sind die ganzen Sprinter und wo ist mein Sprinter im Arsch der Welt ja warum ist der im Arsch der Welt weil er keine Ahnung warum zurückfällt nicht regt mich schon wieder auf weil es so unnötig ist weil es einfach so unnötig ist da darf ich mich mal aufregen oder ich weiß es ist nur ein Spiel aber ey Leute der Sprintzug war für ein Eimer die sind da wild durcheinander gefahren haben alle nicht das gemacht was sie sollten so da kommt der Nao der hat wenigstens gemacht was er sollte der hat Zeit verloren boah die hatten ja nicht mal eine Chance da vorne mitzufahren ja Kangelara führt immer noch alles an und Wiggins ist immer noch Dritter in der Wertung das ist ja Vöckler Vöckler gewinnt die Bergpunkte weil unserer wieder gepuft hat Sagan ist immer noch bester Jungprofi und ähm Tja Teamwertungen sind wir immer noch Vierter mit 18 Sekunden Rückstand die Etappe hat gar nichts geändert und das ist das was mich so ein bisschen wurmt was mich so richtig aufregt gerade im Moment weil ähm wie soll ich es denn sagen der Wiggins sollte einen Sprint anziehen oh man dann hatte ich dann hatte ich ab 3 Kilometer sollte der Heyman sprinten dann der Eisel sprinten und dann der Satten sprinten und wo ist denn der Satten Sujutsu ist 41 wo ist denn der Satten 58 der Satten der war total platt warum naja weil er zurückgefallen ist bis an Arsch der Welt und sich dann wieder vorkämpfen musste allein und so funktioniert das einfach nicht also keine Ahnung dann können wir es vergessen dann geben wir keine Sprintwertung mehr mit ist doch ist doch kacke so Entschuldigung wenn ich das jetzt sage aber ich bin acht mich grad voll da hast du einen Sprinter der soll sprinten so Giro d'Italia die teilnehmenden Teams da werden sie schon mal vorgestellt das das gibt das gibt eine harte Nummer das gibt eine harte Nummer wir sind ja dabei deshalb löschen wir die Mail wen interessiert das ja also wie gesagt ähm der Sprintzug hat da eigentlich gepasst und plötzlich war Satten weg und ich habe keine Ahnung warum der sollte letzter Mann im Sprintzug sein und plötzlich war er weg dann hat er dann hat er unheimlich viel Kraft gebraucht um sich da wieder ranzukämpfen und ähm dann war er ausgepowert als er sprinten sollte also kaum hat er aufgeschlossen zum Sprintzug war er auch schon wieder weg weil er tot war dann hat Eisel die Notlösung gemacht und Eisel ist nicht unser Sprinter so einfach muss ich sagen ähm das war für ein für ein Eimer und ähm das mache ich noch einmal und wenn das dann wieder so endet und dann haben wir keinen Sprinter mehr dann ist es mir egal was der macht dann fahren wir auf Gesamtwertung und ähm dann hat sich für mich der Käse gut ich versuche mich jetzt wieder zu beruhigen beende mal die Aufnahme ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel dass ich mich da im Zielsprint ein bisschen geärgert habe dass das überhaupt nicht funktioniert hat weil eigentlich meine Taktiken immer normalerweise funktioniert haben aber was soll ich machen wenn das Spiel gegen mich arbeitet und die Fahrer an jedem Pups hängen bleiben und plötzlich am Eimer der Kette da rumfahren und nicht dort wo sie rumfahren sollen dann muss ich mich halt mal aufregen ist halt so ähm gut ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht wenigstens die Taktik die ich geplant habe zu sehen was ich plane ähm dass es nicht aufgeht gut man kann nicht immer alles gewinnen aber das war einfach nur so unnötig wir hatten nicht mal die Chance also hätten wir jetzt im Zielsprint einen zehnten Platz oder zwölften Platz oder einen vierzehnten Platz belegt oder wären wir total abgehängt worden im Sprint hätte ich gesagt gut der war nicht so gut hat einen schlechten Tag gehabt die Taktik ging nicht auf aber wenn ein Fahrer noch nicht mal in die Position kommt um zu sprinten wenn er sich als Sprinter bezeichnet das regt mich einfach auf ähm na gut sollte nicht sein ist halt so gelaufen hatten wir halt Pech gehabt blöd gelaufen äh müssen wir uns was überlegen dass es bei der nächsten Etappe besser läuft wenn es bei der nächsten Etappe nicht besser läuft dann müssen wir uns Gedanken machen ob wir überhaupt durch die Sprintwertung mitfahren weil so macht es dann ja auch keinen Sinn ähm ansonsten ja sehen wir uns hoffentlich wieder wenn es wieder heißt Nick Freizock den Radsportmanager 2012 dann hoffentlich mit funktionierenden Taktiken und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos macht's gut Bye Bye